ja herzlich willkommen bei elbsprint mark rode ist mein name und heute zum thema kompressionsstrümpfe sleeves wie auch immer man das nennen möchte ich kenne die nur von meiner oma die hat sich die nämlich immer gekauft wenn sie auf eine reise gegangen ist damit sie keine thrombose bekommt genau aber heute im sport da ist ja alles anders und jetzt kann man sagen neben der funktion die die kompression erfüllen soll wo ich gleich noch darauf zu sprechen komme ist es ja auch eine trennfrage ihr seht das vor mir ausgebreitet die halbe range glaube ich überhaupt der farben die so möglich sind ach guck mal da ist unsere haus und hof katze die halbe range der farben die möglich sind und die firma hat mir dieses paket zu kommen lassen natürlich auf nachfrage meinerseits weil ich diese kompressions leaves so heißen die dinger oder das ist besser zu sehen die dinger ohne füße trage damit die beine nicht so schnell ermüden was macht kompression früher ging es also darum im flieger die thrombose zu verhindern und heute ist es so dass damit beim sport prophylaxe betrieben werden soll das heißt die aktivierung der muskulatur soll positiv beeinflusst werden und des weiteren durch den druck der von außen auf das gewebe quasi ausgeübt wird erhöht sich die fließgeschwindigkeit des blutes und somit kann einfach mehr sauerstoff zu der zelle transportiert werden was im endeffekt eine bessere versorgung der muskulatur beinhaltet früher waren die dinger ja hautfarben und haben einfach überall gequetscht irgendwie irgendwo und heute ist es tatsächlich so das kann man auch schon so ein bisschen erkennen die sind geschäbt oder haben eine passform es gibt verschiedene größen die auch vorher ausgemessen werden damit nämlich die optimale druckverteilung anliegt nützt nichts wenn nehmen wir an das ist meine wade das ist mein fuß das ist meine wade hier oben ist der druck stärker als hier unten dann kann es sogar sein dass sich das blut nach hinten hin staut und abgedrückt wird das heißt im besten fall ist der entfernteste punkt hat die höchste druckposition und nach oben hin abnehmen zum herzen wird es langsam etwas weniger so das ist ja auch im normalen menschenverstand irgendwie geschuldet des weiteren bringen diese dinger vor allem wenn man sie in dieser langen form mit socken unten drunter dran an hat so etwas mehr stabilität und sicherheit gerade wenn man lange läuft und ermüdet man spürt ganz klar dass man weniger wasser in den beinen hat viele läufer die das sagen sprechen so abläufen von zehn kilometer würden sie die gerne benutzen sei dahingestellt ich habe sie auch beim training an oder vor allem wenn ich die ausbildung gebe sprechen mich viele mal darauf an und sagen was hat der für strumpfhosen an ich habe tatsächlich immer hier diese klassischen schwarzen bisher angehabt einfach um zu verhindern dass meine beine müde werden ich stehe den ganzen tag ich bin dann acht stunden auf dem bein hüpfen bisschen rum zwischendurch habe nicht wirklich ein workout und stehe halt einfach und alleine aus diesem zweck habe ich diese diese sleeves dann an und sie tun mir gut umso besser dass der philipp von chap und ich dass wir da zusammengekommen sind ganz herzlichen dank dafür für dieses kleine paket wenn ihr mehr darüber wissen wollt könnt ihr euch natürlich gerne bei mir melden und ja es ist so ein klitzekleines bisschen werbung was ich mache aber mit gutem gewissen dass es sicherlich andere marken gibt die das auch tun natürlich und jetzt kommen natürlich auch wenn man sowas veröffentlicht immer wieder leute die sagen ja aber braucht man alles gar nicht und so kann wohl sein aber es sieht gut aus es macht spaß meine beine fühlen sich nicht schlechter an und und somit habe ich lust darauf es passt zu diesem ganzen crossfit functional training ist ein weiteres access war vielleicht ja okay aber ich mag es mir macht spaß und genau aus diesem grunde trage ich diese dinge und freue mich dass ich dieses paket bekommen habe und ich kriege weitere informationen über mich bei mir wie ihr da rankommt wo ihr die bestellen könnt natürlich auch ganz klassisch über die homepage aber macht es mal über mich vielleicht habe ich eine kleine überraschung vor ich freue mich über mein bundle unboxing chap compression sleeves so heißt das video bis dahin schönen abend spätestens auf der fibo sehen wir uns tschüss